Herzlich Willkommen zu diesem Quick-Tipp-Video. Mein Name ist Anke Za von Moradi Fotografie. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute habe ich einen tollen Tipp für dich. Und zwar wurde ich gefragt, welche Online-Galerie ich verwende, welche ich empfehlen kann. Ich verwende die Online-Galerie von BigDrop. Ich verlinke es dir unten. Ich mag sie, weil sie einfach zum Handhaben ist, auch für die Kunden sehr einfach zu bedienen und auch mit vielen tollen Funktionen. Am besten schaue sie dir selber an. Sie kostet um die 17 oder 18 Euro im Monat und ja, ich finde sie auf jeden Fall wert. Ich benutze sie schon seit über einem Jahr und bin total zufrieden. Und deswegen hast du da auch meine Empfehlung. Ja, und wenn dir der Tipp gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn du sonst noch Fragen hast zu der Online-Galerie oder andere Fragen zu den Videos, melde dich gerne bei mir und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auch bald wieder im nächsten Video. Ich freue mich auf dich und bis dann.